Manchmal möchte man ja aufseufzen, liebe Schwestern und Brüder, und sagen, ach, das Christentum könnte so schön sein. Wir haben uns ja auch eingerichtet darin und eigentlich fühlen wir uns ja auch wohl, sonst wären wir auch selbst an einem solchen Tag nicht heute Abend hier. Wenn dann nicht solche Sätze wären, wie sie etwa Jesus heute sagt, oder jene unbequemen Wahrheiten, die uns das Buch Jesus Sirach im fünften Kapitel heute mitteilt. Da geht es ja nicht nur um Reichtum oder dass man eben nach den Augen lebt, was kommt mir gerade in den Sinn und was leiste ich mir denn jetzt einfach noch? So oder so, egal in welchem Bereich. Sondern was das Kernstück unserer Lesung ist, wir würden das vielleicht nennen Heilsgewissheit. Oh, ich kann doch ruhig sündigen, wenn wir überhaupt noch davon reden. Der liebe Gott vergibt doch. Der liebe Gott ist Liebe, Erbarmen, Güte, Barmherzigkeit. Grenzenlos ist das ja auch, das beten wir ja auch. Also drauf los. Geht schon irgendwie gut. Heilsgewissheit, die zu einer einschläfernden Droge geworden ist. Ja, aber sollen wir denn keine Heilsgewissheit haben? Vom Heiligen des heutigen Tages, Polycarp, der immerhin noch den Apostel Johannes kennengelernt hat. Einer der ersten, aus der ersten Generation der Nachapostelzeit. Als der mit 86 Jahren, wenn wir uns eine Person vorstellen, einen Kreis von 86 Jahren in ein tobendes Amphitheater geführt wird. Und er ist dreimal ablehnt, Christus abzuschwören. Von dem er sagt, warum soll ich dem Cäsar huldigen? Ich habe einen König. Ich habe diesem König 86 Jahre lang gedient. Wie könnte ich ihm jetzt untreu werden? Er hat mir nie etwas Schlechtes getan. Im Gegenteil. Nur Gutes. Und der dann seine Kleidung ablegt, bevor man beginnt, ihn zu verbrennen, die Märtyrerakten erzählen, er legt sie ab, als würde er sich vorbereiten, als würde er sich ankleiden zur Feier des heiligen Opfers. Der also im Sterben einen Gottesdienst vollzieht, das Lebensopfer. Dann tut er das, so sagen es diese Akten, in voller Gewissheit des Heils. Wo ist der Unterschied? Also Heilsgewissheit hier und Heilsgewissheit dort. Der Unterschied ist, dass die Heilsgewissheit bei Polycarp zu einer Kraft geworden ist, die größer ist als dieses sterbliche, hinfällige Leben. Die größer ist als alle Gegengewalt, als alle physische Gewalt, die man einem menschlichen Körper antun kann. Und das ist wahrlich viel, denn wir sind zäh. Die Heilsgewissheit auf der anderen Seite, jene einschläfernde Heilsgewissheit, ist letztlich Faulheit. Nichts anderes als Faulheit. Wo stehen wir? Das fragen uns die Texte heute und der Tagesheilige. Das fajt ist ein paar Windelge. was in der Brechung der Hüfte. Das war nicht mehr als Sie, denn wir wollen, und ich war nicht mehr als Sie, die Menschen mit der Hüfte. Das war nicht mehr als Sie, denn die Menschen mit der Hüfte. Aber dass wir uns für die Hüfte zu haben, die Menschen mit der Hüfte Circene verliefern, das war nicht mehr als Sie. ich weiß, dass Sie nicht mehr als Sie, wie sie sind. Vielen Dank.